Hallo, Twinkle! Ich glaube, Häschen möchte Twinkle und Bär etwas zeigen. Schau, auf dem Boden ist überall etwas Weißes verstreut. Ich frag mich, was das ist. Oh, es ist kalt. Wie komisch. Hm, und es schmeckt nicht sehr lecker. Sieh mal, da fällt noch mehr vom Himmel. Ich glaube, Twinkle weiß, was es ist. Das ist Schnee. Und das sind Schneeflocken. Aber was macht man mit Schnee? Twinkle weiß es nicht. Aber sie weiß, wer es wissen könnte. Es ist Wu. Er wird wissen, wofür Schnee gut ist. Natürlich. Sie können aus dem Schnee einen Schneemann bauen. Schau, Twinkle hat einen Schneeball. Häschen hat einen größeren Schneeball. Und Bär hat den größten Schneeball. Da! Aber irgendetwas fehlt. Da! Fertig! Die Sonne geht auf und die Nacht ist fast vorbei. Zeit für Sterne und Waldfreunde ins Bett zu gehen. Twinkle muss wieder hoch in den Himmel. Tschüss allerseits. Tschüss Twinkle. Schlaf gut.